Hi, ich bin Johannes von NewGadgets.de und habe hier das SimValley Mobile SP60 GPS, ein Dual-SIM Android 2.2 Smartphone mit kapazitiven Display, wie ihr sehen könnt. Es ist ein Quad-Band-Handy, also ihr könnt es auch fast überall benutzen. Es hat ein 3,2 Zoll Display und eine integrierte 3 Megapixel-Kamera. Hier ist der Port für MicroSD-Karten, ihr könnt also den Speicher erweitern, Headset-Port, Lautstärketasten, der Micro-USB-Port zum Aufladen und Synchronisieren und eine 3 Megapixel-Kamera und ich weiß, dass hier 2 Megapixel steht, aber das finale Modell wird eine 3 Megapixel-Kamera haben. Ich kann euch leider das Surfen hier nicht zeigen, da wir kein Internet haben. Ist schade, wir haben hier GPS integriert und der Akku hat eine Kapazität von 1100 mAh. Das war also das SimValley Mobile SP60 GPS. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020